Jan sah nur einen mächtigen Schatten. Dann wirbelte eine Tonne Metall von der Straße her quer über den Radweg. Instinktiv zog Jan den Kopf ein. Das Gefährt schoss über ihn hinweg, touchierte einen Baumstamm, krachte gegen einen zweiten und stürzte ab. Fast verlor Jan die Kontrolle über sein Fahrrad. Vollbremsung! Das Fahrzeug lag sieben, acht Meter weit im Wald auf dem Dach. Von der Bodenplatte bei den Vorderrädern stieg Rauch auf. Jan warf das Rad hin. Einer dieser Momente, in denen man nicht denkt. Der Körper wird zur Sehne. Er rannte los, fand das Handy in der vorderen Tasche seiner Jeans. Notruf, sprintete zu dem zerdrückten Haufen Blech. Dunkle Luxuslimousine, ein Meer von Splittern. Der Fahrersitz war ihm am nächsten. Dort hatte das Dach dem Absturz am besten Stand gehalten. Im Sitz hing regungslos ein älterer Mann. Dunkler Anzug, Schnauzbart. Um ihn erschlaffte Airbags. Jemand meldete sich an Jans Ohr. »Jan Wutte«, sagte er, »schwerer Autounfall im Tiergarten, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor.« Er steckte das Handy weg. »Jan, du bist Pfleger. Du kennst dich aus mit dem menschlichen Körper.« Er tastete am Hals des Mannes, spürte keinen Puls, rüttelte am Türknauf. Vergeblich. Hinter dem Fahrer lag ein älterer Mann in dunklem Anzugkopf über und seltsam zusammengefaltet auf dem Inneren des Autodachs. Nicht angeschnallt, blutüberströmt. Sein Arm ragte aus dem Fenster. Jan fühlte keinen Puls. Neben dem Alten hing von der verkehrten Rückbank eine weitere Gestalt im Sicherheitsgurt. Jünger, männlich. Seine Lippen bewegten sich. Jan lief um den Wagen herum, versuchte, den Kopf durch den schmalen Schlitz zu klemmen, der einmal ein Fenster gewesen war. »Wie geht es Ihnen?«, hörte er sich brüllen. »Rettung ist unterwegs!« Geschlossene Augen, wispern. Ein verkehrt herumbaumelndes Gesicht kannst du nicht lesen. Die Mimik hängt in die falsche Richtung. »Haben Sie Schmerzen?« Neben dem Kopf des Mannes lag eine geöffnete Aktentasche auf dem umgedrehten Autodach. Aus dem Inneren ragten lose Papiere, daneben ein Handy und anderer Kram. Das Flüstern war zu leise. Jan schob sich noch weiter an seinen Mund, versuchte, ihn zu beruhigen. Seine Lieder flatterten. Jetzt sah er Jan an. Am unteren, jetzt oberen Rand seiner Augen weiß. »Element«, stöhnte er. »Chandel«. »Elemente? Chantal?« machte keinen Sinn. »Ich, sorry, ich verstehe Sie nicht, aber bleiben Sie ruhig, Hilfe ist unterwegs«, erschien Jan nicht zu hören. »Witz-Rei-Pier-Gold-Bar-Chandel-I« »Chantal-I? Ist das ein Name?« Er warf einen Blick aus den Augenwinkeln zu den anderen. »Keine Lebenszeichen.« »Fitz-Roy, ist das auch ein Name?« hatte er noch nie gehört. Der Mann schloss die Augen. »War das ein Ja?« flüsterte. »Golden... Jack hatte den Range Rover wenige Meter hinter der Unfallstelle angehalten. Der Mercedes hatte den Randstein förmlich als Absprungrampe genutzt. Eldridge und Sam waren aus dem Rover gesprungen, starrten hinüber zu dem Wrack hinter den Bäumen. Auf dem Weg neben der gesperrten Straße war um die Zeit kein Mensch unterwegs. Nur ein Fahrrad lag da. Dann entdeckte Al den Mann, genauer sein Hinterteil, das aus einem Fenster der Beifahrerseite ragte. »Kommt«, rief Al den anderen zu. »Wir müssen da hin. Jack fahr den Wagen aus der Fahrverbotszone.« Rob und Bell sprangen aus dem SUV, trainierte Hulks wie Al und Sam in dunklen Jeans und Jacken. Der Typ bei der Limousine hatte den Oberkörper aus dem Inneren gezogen und zerrte an der Tür. Ein schlagsiger junger Kerl, größer, brünettes Haar im Undercut, dunkle Funktionsjacke, verwaschene Jeans, fiel fast auf den Rücken, als die Tür nachgab und aufsprang. Wieder beugte er sich hinein, fummelte herum, tauchte erneut auf. Sie hatten ihn fast erreicht. Im nächsten Moment entdeckte er sie. »Gott sei Dank«, rief der Samariter, »zumindest einer lebt. Er kann reden. Wir müssen sie rausholen.« Er zeigte zu den Rauchschwaden, die vom Motor aufstiegen. »Bevor das hier hochgeht«, »das würde nicht hochgehen. Zumindest nicht von allein.« Die vier Typen liefen auf Jan und das Wrack zu wie ein SWAT-Team. Große, trainierte Kerle in dunkler Freizeitkleidung, präzise Bewegungen. Umso besser, ein paar kräftige Arme kamen gerade recht. Die neun Helfer teilten sich auf, zwei auf die andere Seite, wo die Leblosen hingen, zwei zu Jan. »Warum trugen die an einem Sommerabend Handschuhe?« Sie beugten sich zu ihm, blickten in den Wagen. »Was ist passiert?«, fragte einer. Das Kinn wie ein Amboss. Den Akzent erkannte Jan nicht. »Ami?« Im rechten Ohr steckte ein Headset. »Er hat eben noch geredet«, sagte Jan. »Vielleicht bekommen wir ihn gemeinsam raus.« Ambosskin packte Jans Genick und donnerte seinen Kopf gegen die Karosserie. Jan wurde schwarz vor Augen. Er kippte benommen zur Seite. Sein Schädel schlug hart auf den Boden. »Was?« Der Boden schwankte. Sein Hirn pochte. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Der Typ quetschte den mächtigen Oberkörper in das Auto. Hinter dem Vorderrad auf der anderen Seite machte sich einer der Männer an jener Stelle zu schaffen, aus der es rauchte. Jan versuchte, sich aufzurappeln. Klappte zusammen. Mit knappen Worten gab jemand Anweisungen in einer fremden Sprache. Englisch. Ein anderer kramte ebenfalls im Innenraum. Auf Jans Seite fummelte einer an der hinteren Karosserie herum. Der Tankdeckel. Er öffnete ihn. Benzin sprudelte heraus. In einiger Entfernung ertönten Sirenen. Jan versuchte, sich erneut hochzustemmen. Amboskin tauchte wieder aus dem Auto auf, in einer Hand die Aktentasche. Wandte sich Jan zu, griff seinen Knöchel, zog ihn in das Benzin. Jan versuchte, ihn abzuschütteln. Zu dem Amboskin hatte der Typ jedoch auch noch einen Schraubstockgriff. Verzweifelt ruderte Jan zurück, bekam einen Teil der Karosserie zu fassen, das sich spitz und scharf anfühlte. Mit Wucht rammte er den Spieß in die Hand, die sich um seinen Knöchel spannte. Der Typ grunzte und ließ los. Jan schaffte es auf die Beine. Das Benzin verteilte sich um den Wagen. Der eine schloss den Tankdeckel wieder. Die zwei auf der anderen Autoseite wichen vom Wagen zurück. Amboskin sprang hoch und starrte wütend auf den tiefen Stich in seinem Handschuh, aus dem es tropfte. Jan hörte das Zischen eines Streichholzes. Den Schwinger sah er nur aus den Augenwinkeln. Gerade noch konnte er ausweichen und rannte los, als das Benzin in Flammen aufging. Die Hitzewelle der Explosion gab ihm Extraschwung. Die Flammen fauchten hinter ihm. Er wandte sich um. Zwei rennende Halkschatten vor dem Feuerball. Noch nie in seinem Leben flogen seine Beine so schnell. Jan hörte die schweren Schritte der Verfolger, dann Sirenen. Am lautesten war sein eigenes Keuchen. Sein Kopf drohte zu platzen. In dem Auto waren Menschen. Einer von denen war noch am Leben. Die hatten den einfach angezündet. Aus dem laschen Licht liefen zwei Männer von der Siegessäule her auf ihn zu. Dunkle Hosen und Hemden. Gehören die zu denen? Einer nestelte an seinem Hosenbund herum. Eine Waffe? Jan sah sich um. Feuer. Keine Verfolger. Die anderen Männer liefen weiter auf ihn zu. Stehen bleiben Polizei! Wohin wollen sie? Hier geblieben! Jans Atem ging noch schneller als sein Puls. Durch die Flammen und den dichten Rauch sah er neben der Unfallstelle jetzt Blaulichter blinken. Mehrere Wagen. Die dunklen Typen waren verschwunden. In dem brennenden Wrack explodierte etwas, schickte Funken durch die Nacht. Umstehende Bäume fingen Feuer. Da gab es nichts mehr zu helfen. Warum laufen sie weg? fragte einer der uniformierten Schaf. Das glaubt ihr mir nie. Jan brachte kein Wort über die Lippen. Mitkommen! Rotorenlärm in Jeannes Kopf, Seide auf ihrer Haut, die Vibrationen des Helikopters in ihrem Körper. Links neben Jeann saß Ted, rechts neben ihr am Fenster Teds Sicherheitschef Mitch McConnell. An Teds anderer Seite hatte sein Cheflobbyist George Lamek Platz genommen. Ihnen gegenüber der US-Finanzminister im Smoking und seine Frau im Abendkleid, flankiert von zwei Personenschützern. Der Minister gestikulierte aufgeregt. Schon wieder? Trotz der schallisolierten Kabine mussten sie laut reden. Ich habe es aus sicherer Quelle, sagte Ted. General Motors kann einige seiner Anleihen nicht mehr bedienen und BLA steht vor dem Kollaps. Der chinesische Mischkonzern? fragte George Lamek ungläubig. Eben dieser. Ted fixierte den Minister. Dir ist klar, was das bedeutet. Das war es wahrscheinlich nicht, aber so hielt Ted die Leute auf Augenhöhe. Wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit von GM besteht, folgen als Nächste Volkswagen und andere Autohersteller und innerhalb von Stunden alle Unternehmen, die sich in den letzten Jahren zu billig, zu hoch verschulden konnten, um überteuerte Übernahmen zu finanzieren oder ihre Aktienkurse durch Rückkäufe hochzutreiben. Also verdammt viele. Aber Millionen Arbeitsplätze in x Ländern. Unter ihnen schwanken die Lichter des abendlichen Berlin auf sie zu. Hell beleuchtet Schloss Charlottenburg. Auf einer Seite ein dunkler Park mit ein paar Lichtkreisen, auf den anderen drei Seiten ein Netz flackernder Straßen. Demonstranten? fragte der Finanzminister. »600.000, behaupten die Veranstalter«, erklärte Mitch. »400.000, sagt die Polizei.« »Und da sollen wir hinunter?«, rief George besorgt. »Was leuchtet denn da?«, fragte die Frau des Ministers. »Das sind Monitore von Mobiltelefonen«, sagte Jeanne. »Die moderne Version der Lichterkette.« Auf einem Platz neben dem Schloss vereinten sich die Lichtspiele zu einem gewaltigen, leuchtenden Bild. Ein kreisrunder, goldgelber Kuchen. In seiner unteren Hälfte war ein schmales Stück angeschnitten. Die Zahl darauf war kein Geburtstag. 99 Prozent. Auf dem großen Stück oben ein Prozent. »Schön inszeniert«, sagte Jeanne mit Seitenblick auf Ted. »Die große Mehrheit bekommt nur ein kleines Stück vom Kuchen.« »Die bekommen bald gar nichts mehr«, entgegnete Ted. »BLA wird seine ausländischen Beteiligungen auf den Markt werfen. Deren Kurse sinken, ihre Anleihen und Aktien kommen zusätzlich unter Druck. Weitere chinesische Konzerne werden folgen und ebenfalls Beteiligungen im Westen abstoßen. Den Firmen fehlen dann Investoren, sie gehen pleite und entlassen alle. Die Schnittstellen des Kuchenstücks begannen sich wie verirrt laufende Uhrzeiger an beiden Seiten aufwärts zu drehen, bis sie links und rechts der Einprozent ein schmales Stück begrenzten. Unterhalb der Torte flirrte ein Schriftzug in wechselnden Sprachen. »We want our share«, »Wir wollen unseren Anteil. Nous voulons.« »Diese Bilder gehen um die Welt«, murmelte Jeanne, während sich der Heli langsam senkte. Der Hubschrauber landete hinter dem Schloss in einem Lichtkreis auf dem Rasen. Livrierte Empfangsherren schützten die Frisuren der Damen mit Schirmen vor den Luftwirbeln. Elektrische Fackeln wiesen ihnen den Weg zu den pittoresk beleuchteten Barockbögen der Orangerie. Davor und drinnen erspähte Jeanne zahlreiche Smokings und Abendroben. »Wenn die GM- und BLA-Geschichte bekannt wird«, sagte Ted leise, »dann kollabiert morgen früh der weltweite Markt für Unternehmensanleihen endgültig und damit der CLO-Markt.« »Dilateralized Loan Obligations«, wusste Jeanne. Ähnlich, opake Investmentvehikel wie 2008 jene CDOs, die in der Suprime-Krise um ein Haar die Weltwirtschaft in den Abgrund gerissen hätten. »Massenvernichtungswaffen«, hatte der berühmte Investmentmilliardär Warren Buffett solche Papiere genannt. Ebenso die Aktienmärkte und damit fast alle großen Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Schattenbanken, fuhr Ted fort. »Wer weiß noch davon?«, fragte der Minister. »Warum hatte er es nicht vor Ted gewusst?«, fragte sich Jeanne. »Sicher schon einige her«, sagte Ted und blickte in die Runde, »aber es sollten so wenige wie möglich bleiben.« Neben ihnen tauchten weitere Gäste auf und zogen Richtung Abendgesellschaft in der Orangerie. Der abklingende Hubschrauberlärm wurde zunehmend vom Tosen der Demonstration jenseits der Prunksäle und Polizeibarrikaden abgelöst. Jeannes Blick streifte die Begrüßungsbanner in dutzenden Sprachen und die kleinen Aushänge daneben, auf denen die Redner des Abends angekündigt wurden. Herbert Thompson, Alfred Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 2007, Ofalu Nkebi, Generalsekretär UNO, Leymar Gebovi, Friedensnobelpreis 2011. Thompson würde bei ihnen am Tisch sitzen, wenig spannend. Ein alter Mann, der seit über 50 Jahren die immer gleichen Ideen vortrug, nur dass er inzwischen einen Nobelpreis dafür bekommen hatte. Sie hatten die Orangerie und die übrigen Gäste fast erreicht. Die Herren im dunklen Anzug, Smoking oder traditionellen Festgewändern, die Damen in Abendgarderobe und Schmuck. Nur einzelne Gästegruppen tuschelten besorgt. Einige hatten sie entdeckt und kamen auf sie zu. Jeannes erkannte den Chef der französischen Großbank BNP Paribas, den deutschen Wirtschaftsminister und den weißhaarigen Investmentmilliardär Camp Galland. »Ihr habt die Nachricht schon gehört?«, fragte letzterer. Flashback. Dieser Ton in den Stimmen. 2008 hatte Jeannes ihn zum ersten Mal wahrgenommen. Die Finanzkrise hatte sie als Praktikantin bei einer Investmentbank in New York erlebt. Die Tage der Nervosität, die schließlich in nackte Panik umschlug. »Das dürft ihr nicht zulassen«, sagte Galland zu den Politikern. »Ihr müsst etwas tun, bevor die Nachrichten öffentlich werden.« »Wenn das stimmt, müssen die staatlichen Rettungspakete noch größer ausfallen als 2008,« meinte der Bankdirektor bleich. »Das kann sich kein Staat mehr leisten«, erwiderte Ted. »Exakt«, warf Galland ein. »Daher wird auch ein Kollaps der Staatsanleihen folgen.« Seine Stimme wurde rau. »Die Schwellenländer sind schon am Boden. Die Staatsschuldenkrise wäre zurück. Mit voller Wucht.« »Gott«, stöhnte der deutsche Minister, »Italien will ohnehin aus dem Euro.« »Müsste es dann sowieso«, sagte Ted, »genau wie Spanien, Griechenland und womöglich andere.« »Den Notenbanken fehlen wegen der immer noch niedrigen Zinsen ebenfalls die wirksamsten Instrumente«, sagte der deutsche Minister. Die Stimmen waberten durcheinander. »Euro und EU werden explodieren. Würden viele begrüßen. Die bedenken aber nicht die Konsequenzen. Das befeuert das Drama nur weiter. Dagegen war 2008 ein Kindergeburtstag. Eine Spirale in die Hölle.« Ted beugte sich zu Jeanne, flüsterte ihr ins Ohr. »Pass auf, heute Nacht werden Vermögen gemacht.«